Hallo Fährt man zur Nordsee, so begegnet man vielleicht einem Säugetier, das perfekt an das Leben im Meer und an Land angepasst ist. Die Rede ist von dem Seehund. Da die Jungen nur vier Wochen gestillt werden und rasch heranwachsen müssen, ist die Muttermilch besonders nahrhaft. Starten wir mit einer kleinen Schätzfrage. Wie hoch, glaubst du, ist der Fettanteil in der Muttermilch von Seehunden? 10%? 45%? Oder 70%? Wodurch Seehunde noch an das Leben im Wasser angepasst sind und wie sie leben? Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com